Willkommen zu diesem neuen Video vom Kanal. Ich habe in den letzten Videos einmal hier diese Häuser weitergebaut, hier auf diesem Haus so mehrere Häuser drauf gemacht. Und ich würde sagen, ich baue jetzt einmal hier so ein kleines Häuschen hin. Ähm, ja, weil ich habe halt sonst nirgends so einen Platz, das ist halt alles schon so ein bisschen voll gebaut überall. Deswegen würde ich sagen, hier ist eigentlich eine gute Stelle, um noch ein kleines Häuschen hinzubauen. Ähm, ja, mal schauen wie groß ich das mache. Ich würde sagen, ich baue das mal von hier bis hier so. Ähm, ja, ich hoffe, das ist eine gute Stelle. Und von hier bis halt hier. Ja, so, ich habe jetzt schon mal den Grundstein gelegt. Ich würde sagen, ich baue jetzt direkt hier mal weiter. Ähm, ich habe halt schon gefühlt so alles vollgestellt, was ich so vollstellen kann. Hier so auch kein Platz mehr. Schau mal, wie viel ich hier schon gebaut habe. Ähm, ja. Deswegen muss ich halt jetzt neue Plätze finden. Ich will halt so eine richtige Stadt bauen, so richtig, richtig, richtig viele Häuser nebeneinander. Und, ja, ich hoffe, das sieht alles gut aus. Und ich würde sagen, wir beginnen direkt mal weiter damit. So, also, brauchen wir hier mal ein kurzes, schnelles Haus hin, ein kleines. Also, ich weiß nicht, ob es klein wird, aber, ähm, mal schauen, wie weit ich das noch bauen werde. Ich beginne jetzt erstmal direkt damit. Ups, das kommt wieder weg. Zack, 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 zack. So, ein bisschen hoch. Zack, zack. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr auch Minecraft spielt oder ob ihr was anderes spielt. Und ob ihr irgendwelche Tipps habt, wie ich meine Fähigkeiten hier verbessern kann. Und, ähm, ja, einfach generell Sachen zum Verbessern. Einfach generell Tipps. Und, ja, würde mich halt einfach mal interessieren. So, ich gehe jetzt mal kurz wieder Material einsammeln. Ich habe jetzt fast nichts mehr. Noch einen Block. Ähm, ja, so, einmal abbauen. So. Hier baue ich ein bisschen ab. So, mal gucken. Ich würde sagen, ich baue so 64 Blöcke. Ich habe jetzt, ähm, 26. 64 ist, glaube ich, eine gute Zahl. Also, das reicht dann ungefähr so schon für so ein gutes Stückchen. Hm, so. Okay, wie viel habe ich jetzt? Jetzt habe ich 54. 54. Okay, das reicht erstmal jetzt so. Ich gehe jetzt mal zurück. Ah, hier ist noch zum Einsammeln. Und da oben, das baue ich nochmal kurz ab. Hier das eine. So, und einmal zurück. Zack. Und da brauche ich einmal das kleine Häuschen weiter. Zack. Zack, zack. So, einmal das hier weitermachen. Hm, ist das in die richtige Höhe? Nee, noch eins. Ja, noch eins höher. Das ist dann gut. Hier mache ich, glaube ich, die Tür, würde ich sagen. Hm. Ja, hier mache ich jetzt den Aufgang. Dass ich hier nochmal hochkomme. So. Und hier kommt dann einmal schnell die, ähm, die Treppe. Uah. Upsala. Hier nochmal kurz hoch. Hier kommt jetzt die Decke rein. Zack. Einmal hoch. Zack, zack, zack. Zack. Schreib doch gerne mal Tipps rein. Also nicht Tipps, also Tipps schon, aber auch Ideen. Ähm, was ich als nächstes hier bauen könnte. Ähm, einfach so Inspirationen und ja. Einfach irgendwas reinschreiben. Und das Upsala und das werde ich dann bauen. Zack, zack, zack. So. Ich würde sagen, jetzt baue ich direkt nochmal hier. Eins kleiner, so ein bisschen, damit das schön aussieht. Hier so weiter. Zack, zack, zack. Hm. Ja. Ich glaube, das ist so gut, oder? Ich würde sagen, dann baue ich hier weiter. Upsala. Das muss wieder weg. Hier einmal hoch. Ah, ich habe keine Materialien mehr. Hm. Da muss ich einmal nochmal einsammeln gehen. Gehe ich mal kurz einsammeln. Jetzt wird es leider schon wieder dunkel. Ich mag es gar nicht, wenn es dunkel wird. Ich muss jetzt gleich die Fackeln suchen gehen. Die habe ich da vorne eben hingestellt. Ich hole die gleich mal. Das reicht jetzt 30, das reicht nicht. Ich muss noch mehr einsammeln. Okay. 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 Das hier nach unten. Okay, das reicht jetzt. Jetzt habe ich wie viel? Jetzt habe ich 54 Blöcke. Ich gehe jetzt einmal kurz zurück. Einmal geht es zurück und dann hole ich kurz meine Fackeln. Die müssten hier unten, glaube ich, stehen, oder? Ja, die stehen hier unten. Die hole ich kurz mit. Und dann stelle ich die da oben hin. So. Die stelle ich jetzt hier hin. So. Nummer eins. Und hier oben. Nummer zwei. Okay, dann einmal hier weiter mit dem Bau. Zack, zack. Stein auf Stein. Ups, das muss wieder weg. Zack. So. Ich glaube, die Höhe stimmt jetzt schon, oder? Ist die Höhe gut? Ne, wieder eins höher. Ich mache, ich tue mich immer um eins. Wisst ihr das? Es ist immer das Gleiche. Es ist so lustig. Ähm, ich baue hier mal kurz eine Treppe hoch. So. Und dann wieder eins hoch. Es geht immer nur um eins. Es ist irgendwie lustig. Keine Ahnung warum, aber ist halt so. Leute. So, endlich. Okay, jetzt einmal hier zu noch. Zack, einmal zu. Oh, ich habe keine Blöcke mehr. Ich habe kein Material. Ich muss kurz einsammeln gehen. Ähm, welche Richtung hier lang? Einmal zurück. Einmal zurück einsammeln. Ich hätte eigentlich jetzt auch eine Fackel mitnehmen können, aber... Jetzt ist es halt so. So. Das einmal alles abbauen. Okay. Ich muss jetzt schauen, wieviel ich abbaue, ich will jetzt nicht zu lange abbauen, sonst dort ist es zu lange. Ich würde sagen, ja so 64 vielleicht, ja so 50, 60, mal gucken. Einfach, ich würde sagen, einfach bis ans Ende hier. Einmal bis ans Ende. Mal schauen, wieviel das dann wird. Und das hier noch. Ich würde sagen, das bisschen noch und dann reicht's. Mal schauen, ich würde sagen, es geht über 60. Ja, auf jeden Fall über 64. So. Okay, und einmal zurück. So. So. Hier immer hoch. Dann baue ich hier einmal alles zu. So, jetzt habe ich das zugemacht. Jetzt muss ich natürlich schauen, was ich noch weiter baue. Ich würde sagen, ich baue sogar noch eine Etage höher. Glaub ich mal. Oder, ne, wisst ihr was? Ich mache das jetzt wieder so kleiner wie eben. Ich baue das mal kurz weg. Ähm. Ich baue hier jetzt so schon mal am Anfang ab hier. Wisst ihr, dass es dann wieder so kleiner ist, dass es immer kleiner wird. Das ist jetzt, ne, eigentlich unnötig, oder? Ne, egal. Es sieht schön aus. Ich mache das jetzt. Es ist Abschluss. Das Abschluss wird es jetzt so. Obwohl, ne, ich doch nicht. Man, es hat ja keinen Sinn irgendwie, weil der Raum noch viel zu klein ist. Das bringt eigentlich nichts. Ne, ich lasse das so. Ich mache das wieder weg. Und dann baue ich wieder so weiter wie eben. Einfach höher. Das hat nämlich keinen Sinn so. So. So, das noch einmal weg. Zack. Hier einmal hoch. Äh, nicht einmal hoch. Einmal so. Einmal den Rand voll machen. Zack. So. Und dann einmal noch ein bisschen höher. Oder noch eins höher. So. Das sieht doch super aus, oder? Und noch eins. Und dann kann ich direkt das Dach drauf machen. Wenn es reicht. Ich glaube nicht, dass es reicht. Am Material. Okay. Leute. Ich glaube, ich bin jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich würde sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.